Hallo, ich bin immer zu der gleichen Gruppe, der Christusler Arbeitsgemeinschaft, der Christusler Arbeitsgemeinschaft, der Vortretende, die kaputtische Abpflichtung der Gemeinde. Meine Damen und Herren, ich bin das Zuhalreferenten der Kirche, den man von hier aus fast sehen kann, in St. Michael zur Gemeinde St. Joseph geworden vor einigen Jahren. Und ich freue mich über Gute Nacht. Ich würde Ihnen was ergänzen, weil es ist wirklich immer wieder ganz toll, wenn wir uns hier auch in der Younes Imre Moschee treffen, wie in den anderen Moschee ihn ja auch. Und auch wenn das mal taunt als Frau, wie mit den frühen Frauen aus der Younes Imre Moschee auch wirklich schon fast freundet. Das finde ich wirklich sehr, sehr schön. Ich fühle mich mal hier sehr, sehr gut. Danke. Mir geht das genauso, wenn ich durch Brassert oder durch Wüls gehe. Ich kenne ganz viele Leute aus der Zusammenarbeit, aus der Erspendvollen Miteinander. Wir sind im Arm viel weiter als wir mit Ihnen. Kommt gleich. Wir sind mit guter Nachwuchs. Kommt gleich. Schönen Dank. Dankeschön an Herrn Dreyer, an Frau Rathis, an Herrn Kegels. Dankeschön. Dankeschön.